Ja Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ryzen Zero Dawn. Es tut mir leid, dass ich heute so ein etwas grüneres T-Shirt anhabe. Könnte sein, dass da ab und zu mal so ein bisschen flackert. Es tut mir leid. Übrigens, das ist ein sehr dünnes T-Shirt, das war ein bisschen problematisch. Eigentlich dachte ich so, ja komm, heute dünnes Wetter, die Sonne scheint, siehst du ein T-Shirt an. Eine Stunde später war die Sonne weg, wir haben minus 200 Grad, es hat vorher schon geschneit. War dann keine so gute Idee. Bin ich ins Studio gefahren, habe hier aber nichts, also doch, ich habe hier ein T-Shirt zum Wechseln, aber es ist auch nur ein T-Shirt. Von dem her lasse ich das so. So, oh, da ist erstmal ein Tukant, nee, das ist kein Tukant. Ey! Hallo? Dankeschön. Ein Truthahn, Entschuldigung. Dankeschön. So, wir sollen nach Schöpfers Ende wandern, reisen, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, was genau von uns verlangt wird. Ich weiß auch nicht genau, was Schöpfers Ende ist, aber es scheint ziemlich weit weg zu sein. Währenddessen liegen hier noch so ein paar kleinere, schwerere, verdorbene Zonen in unserem Weg. Ich habe keine Ahnung, was das... Ey, das ist Level 34. Oh. Oh, ein Java-Update. Naja, darauf habe ich jetzt gerade keine Lust. Nee, mach das später, komm. Lass mich hier mal bitte in Ruhe. Vor allen Dingen, hier gibt es noch so fliegende Gegner und hier oben waren wir zum Beispiel noch gar nicht. Mittlerweile haben wir auch schon wieder drei Fertigkeits-Skills-Dinger. Brauchen wir denn? Drei ist das Maximum, was man für alles so braucht. Okay. Ähm. Präzision, leichte Spielangriff, schlagen Rüst ab. Eine längere Konzentration wäre halt echt, echt stark. Oh, das wäre ja auch so eine coole Sache. Was ist denn das mit dem Unsichtbar-Dings gewesen? Wir greifen ja im Sprung langsamer an. Okay, können wir noch weiter ausweichen? Also ich würde das hier fühlen mit noch längerer Konzentration. Aber ich weiß es halt nicht. Ja, kommt halt auf die Situation an. Ja, springt. Ich nehme jetzt mal etwas stärkere Konzentration. Und würde sagen, wir gehen mal weiter. Da geht's lang. So wie es ausschaut, durchs Wasser hindurch. Das finde ich jetzt erstmal ganz schön so. Schön entspannt anfangen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir, oh, heute habe ich Lust auf Horizon Zero Dawn. Und dann dachte ich mir, ja, heute nimmst du Folgen auf. Ich wollte eigentlich schon gestern was aufnehmen. Gestern habe ich aber den ganzen Tag Inside gespielt, also nicht den ganzen Tag. Dazwischen gab es auch noch Forza 5. Oh mein Gott, ich hasse Forza. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Ich habe bei einer Auktion, habe ich einen etwas heruntergesetzten Bugatti Divo gesehen. Und dann bin ich hiervon. Für, ähm, ganz genau 200, also 2.600.000. So. Den habe ich gekauft und dann ist das Game gecrasht und das Geld war weg. Und mein Auto auch. Konnte ihn auch nicht mehr neu anfordern oder so. Ich war dann halt einfach wütend. War auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Ähm. Ja, fand ich nicht so toll. Dann habe ich ein bisschen Minecraft Digits gespielt, war auch ganz okay. Ich habe überhaupt keine Items bekommen, nicht. Und dann halt Inside. Den Rest des Abends dann noch. Genau. Das hat, äh, das war dann wieder ganz okay. Das hat, das hat Spaß gemacht, so. Im Vergleich zum Rest, muss ich sagen. Und dann dachte ich mir heute, ja komm. Bereisen Sie Rotor und das macht Spaß. Da bist du immer gut gelaunt. Das ist toll. Oh. Ja, mit euch habe ich jetzt nicht gerechnet. Wer sieht mich? Ja, das ist jetzt ein bisschen, also, ich habe... Nein, du siehst mich nicht. Doch, bitte lass die da hinten nicht auch auf mich aufmerksam werden. Doch, wird da... Nein! Voll, da ist nicht mal gescheiter Loot dabei. Voll, wo kommen denn überall Gegner? Schönen Tag noch. Ich habe gehört, ich muss ganz dringend los. Ich hätte den jetzt looten können, aber was hätte es mir denn gebracht? Joa. Cool. Schön für einer. Ihr seht alle irgendwie nicht gerade freundlich gesinnt aus. Vor allen Dingen sind da mehrere von denen und ich kann nicht mal deren Rute oder so festlegen. Ich würde aber gerne noch diese gelbe Pflanze haben, weil ich gerne wissen will, was das ist. Feuerbrennwurzel. Achso. Toll. Ey, hier ist einfach eine riesengroße Wüste. Mit ultra vielen OP-Gegnern. Du siehst mich nicht. Ey, ich habe gehört, du siehst mich nicht. Ich habe gehört, ich darf hier speichern. Als ob ich hier gerade einfach... Was ist das da hinten? Ey, du siehst mich nicht. Die sehen mich einfach nicht. Ich bin einfach unsichtbar. Geh da ganz schnell mal rein. Und wie wäre es, wenn nun die richtige Waffe auswirkt? Wir würden mit genügend Pfeilen. Oh, Feuerpfeile haben wir auch keine mehr. Dann machen wir doch noch ein paar. Als ob das gerade geklappt hat. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da so easy durchkommen. Es scheint aber, als müssen wir denn... Oh, ich würde... Oh, da kommen wir... Keine Ahnung, es sieht aus wie so ein Strauß. Es scheint, als müssten wir gleich da vorne hoch. Ich würde halt schon gern die Stadt da hinten bewundern. Aber irgendwie auch nicht, weil ich hier ganz dringend weg muss. Ja. Sieht toll und spaßig aus. Ähm. Das da hinten ist halt auch sehr spannend. Auch wenn das jetzt gerade überhaupt nicht richtig geladen wird. Oh, guten Tag. Ich habe gehört, dass die Trampler friedlich sind. Oder auch nicht. Ich weiß... Ich weiß... Jetzt ist es nicht mehr weit. Oh, den hat gesagt, er hätte ein Bild einer mir ähnelnden Frau auf einem alten Gerät entdeckt. Wenn sie meine Mutter ist... Warum gibt es... Jetzt gibt es hier einen Sturm. Nee. Hör auf, du. Hör auf, du. Ich verstehe das nicht. Wer ist sie? Ihr Name ist Elisabeth Sobeck. Du spionierst durch meinen Fokus. Sprich weiter. Was weißt du über sie? Bleib auf deinem Weg. Dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Ich muss genau bei denen durch. Ich laufe hier außen rum. Okay. Du siehst mich. Geh weg. Nein, hör auf, mich sehen zu können. Ich bin unter... Oh mein Gott, ist das gerade stressig, weil ich nicht gesehen werden will. Weil ich halt einfach nicht kämpfen will, weil ich darauf überhaupt keine Lust habe. Na, ist doch mit. Die Feuerbrennwurzel. Nein, 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 was? Du hast mich auf gar keinen Fall gesehen. Das sei dir mal gesagt, Freundchen hier. Heiliger Hans Fridolin hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Was bist du denn? Ach, nur ein Plünderer. Ich sag euch, wenn mich hier ein Viech angreift, greift mich alles an. Ich glaube, ich bin einfach tot. Hier noch. Ja, nimm mit. Oh, sehr nützlich. Sag mal, wohin leidet mich denn das? So komplett... Nein, das ist auch nicht mehr weit oder so. Was ist das denn? Ey, ich sag's euch. Die nächsten... Oh, ihr seht's. Hier ist ja... Hier ist komplett... Also... Ist total viel aufgetaucht. Das war vorher nicht so. Das ist, glaube ich, erst seitdem sie diese Dinger wieder erwecken, kommt das. Ich sag's euch, das ist nicht gut. Bitte seht mich nicht, ja? Was hat dieser Sandsturm zu... Oh, was bist du denn? Ach, nur ein Langbein. Seid freundlich, hab ich ge... Ihr seid auf gar keinen Fall freundlich. Hier, da unten, aber auch nicht. Wir gehen hier runter und dann da drüben direkt... Ich krieg hier Angstzustände, ey. Hallo? Ah, nur doch... Ach. Jo, jetzt ist mein Inventar voll. Mit Holz. Zinder, ja, komm. Trau ich nicht. Trau ich nicht. Trau ich nicht. Draht, hab ich draht sonst noch? Alles, was ich doppelt hab, kann raus. Super, ich hab nix doppelt. Das Widerstandstrank. Sehr schön, weg damit. Brauch das nicht. Boah, ich dachte grad, was ist das für Loot? Bist du Heilung? Ja. Oh, aber das gibt mir ein ganz ungutes Gefühl. Wenn ich hier Heilung bekomme. Oh mein Gott, ich bekomme hier sehr, sehr viel Heilung. Oh, das ist halt jedes Mal aufs Neue so ein richtig ungutes Gefühl. Wenn du weißt, okay, es kommt auf den Kampf. Wenn die dir schon Heilung geben, kannst du davon ausgehen, jetzt gleich, jetzt gleich wird's tödlich. Jo, also du siehst mich einfach nicht, gell? Du isst einfach dein Essen weiter, ja, ja. Hier ist aber keine verdorbene Zone, oder? Oh, wir kommen aber richtig, richtig knapp an einer vorbei. Da vorne ist ein Lagerfeuer. Bitte. Oh. Sieht freundlich aus, hab ich gehört. Jetzt regnet's. Oh. Also ich nehme dich gerne mit. Zwei Metallscherben lasse ich mir nicht entgehen. Da ist Lagerfeuer. Ich fühle mich schon mal sicherer als vorher, weil ich jetzt speichern konnte, aber, also, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich auch nicht. Sag mal, wo bin ich hier eigentlich? Mal ganz kurz. Also, wir sind gleich am anderen Ende der Map. Hier, hier sind wir gestartet. Das ist hier, das ist Mutters Wacht. Hier, hier, hier wohnt Ross. Da ist dieses Riesending, das wir bei der Erprobung hatten. Und jetzt sind wir einfach am anderen Ende der Welt. Fragt mich eigentlich, warum die Welt in der Zukunft zu klein ist. Das hat jetzt aber nicht gerade geblitzt, oder? Ihr seht mich auf keinen Fall von da hinten. Oh, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Haben Sie ein... Haben Sie eine schöne Weapon für mich? Ich hätte aber ein paar, ähm, Sachen zu verkaufen. Du, 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 du. Nein, stopp, 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 stopp. Bevor ich mich mit Ihnen unterhalte, Mister. Ähm, wo mache ich das? Fertigkeiten herstellen? Tragekapazität. Dafür habe ich das Geld. Und sonst für nichts. Okay. Aber bis wir zum nächsten Hans kommen, weiß ich nicht, wie lange das dauert. Ähm, deswegen verkaufe ich jetzt einfach mal nämlich alles, was ich denke, was ich nicht brauche. Okay. Ähm, Munitionsherstellung, was ist denn das? Naja, Metallbrauch. Flüssel. Okay. Ja, komm, den Draht tun wir mal. Nee, Draht brauchen wir. Gut, Holz ist halt einfach viel zu viel. Okay. Dann. Tell. So. Da fühle ich mich ja schon besser. Haben sie, haben sie, haben sie noch eine wunderschöne Waffe für mich parat? Ja. Aber da sparen wir noch ein bisschen. Ob der Schnee wohl liegen bleibt? Und warum sollte ich jetzt hier durchgehen? Jetzt mal ganz ehrlich. Wer geht denn da... Du, was ist das denn? Ich nehm's mit. Seltsam aus. Ja, hier geh ich einfach gekonnt, entspannt, draußen dran rum, vorbei. Ja, der Schnee scheint liegen zu bleiben. Und wenn ich bedenke, dass ich sehr gut im Spurenlesen bin. Machen wir... Machen wir nicht mal... Stopp, 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 stopp. Davon war auf... ...gar kein Fall die Rede. Häh? Hä? Ja, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ey, ich frage mich ganz ehrlich, wo ich hier hin muss. Gut. Nein, ich will diese Spule. Keine schlechte Auswahl. Das ist einfach eine neue Waffe. Cool. Oh ja, Tragekapazität. Mach ich. Keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat, aber hauptsache ich hab's. Was ist das hier? Seilwerfer Munitionspaket. Wahrscheinlich für irgendwas zu brauchen. Ist auch neu. Ja. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst. Gute... Ja, aber warte mal. Ich will ja Erfolg haben, aber... Aber also... Wie viele Modifikationen hab ich? Plus elf Schaden. Ja, komm. Den Schaden... So, jetzt soll ich doch genug haben für das hier. Wir reden später. Warte. Perfekt. So, und dann tun wir einfach... Und... Waffe. Hier, Bogen. Okay. Wofür ist denn das? Für die Spule. Super. Ähm. Ich scheine keine Spule zu haben. Nimm mal das. Das scheint mir am besten zu sein. Ich hab keine Ahnung, wofür ich das überhaupt mach. Aber... Wird schon wichtig sein. Wohin muss ich eigentlich? Also, es scheint mir, als sei das hier irgendwie... Ich hab keine Ahnung. Wir laufen hier mal weiter. Okay. Ich wünsche einen angenehmen... Bloß nicht hier sterben. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Haben wir das Lagerfeuer gejust? Nein, haben wir, glaube ich, nicht. Weil ich nicht wusste, dass hier eins ist. Muss ich hier lang? Ja. Hier ist irgendwo ein Lagerfeuer. Nur wo? Ja, du duksig. Wenn der dich jetzt sieht, bist du tot. Okay, er ist weg. Ich hab das nicht gesehen. Das ist auch cool, wenn man einfach mal so... Das Lagerfeuer überseht. Ist ja nicht wichtig im Game oder so. Okay, es ist auf einmal dunkler geworden. Ich hasse das. Weil ich bin hier zehnfach beleuchtet. Und dementsprechend ist es für mich schwerer, Sachen zu erkennen als für euch. Wir sneaken uns jetzt mal hier durch so ein bisschen. Ja, so viel dazu. Wir laufen außen rum. Frage mich. Na, ich will jetzt halt auch nicht überrumpelt werden. Weil du... Du siehst hier halt auch... Du siehst mich nicht. Oh mein... Hier ist doch gar keine irgendwie so... Die verdorbene Zone ist hier. Geh doch weg. Geh doch weg. Äh. Moino? Jo, kein Problem. Nein, 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 nein. Wo muss ich hin? Ich muss da lang. Ja, klar. Ja, klar. Tschüss, schönen Tag noch. Wie komme ich hier weiter? Hallo? Laufen, laufen, laufen. Oh, nee. Ja, ist schön, dass da eine Explosion war. Wie komme ich hier raus? Hallo? Da ist eine riesengroße Öffnung. DRT kann... Ort kann nicht betreten. Also, ich muss... Ich muss eindeutig da hin. Ja? Aber ich komme hier nicht raus. Bitte lass mich doch hier durch. Warum komme ich hier nicht raus? Hey! Hä? Geduld. Nein! Jetzt sagt mir doch bitte, dass es hier raus geht. Nein! Ihr seht mich alle nicht. Aber woher kommt denn die Musik? Ihr seid alle auf gelb. Oh. So, nehme ich mit. Brenn doch. Boah, da ist irgendwas Spezielles dabei. Ja, ja. Eine alte Armbanduhr. Sah aus wie eine Apple Watch aus dem Jahr 2050. Thunderheads. Oh, nein. Du leckst es hier so extrem. Da ist eine Ratte. Moin! Was ist hier los? Okay, wir sind jetzt gleich. Untersuche die Explosion. Was ist hier los? Hä? Darauf erst mal ein Schluch Wolkigwasser. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Waffen einsatzbereit. Wir rücken aus. Mein Fokus. Er geht nicht mehr. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Ich schaff das schon. Da kommt Rauch aus. Ob das wohl seine Schwachpunkte sind? Oh, wow. Kein Thema. Also, ähm. Sie sollen bluten. Yo, lass mich doch hier raus. Ey, wie das hier extrem lecker. Ich werde hier sterben. Ich werde hier sterben. Stopp! Stopp! Hallo! 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 What? Okay, der ist auf jeden Fall raus. Ich würde ganz gerne meine Feuerpfeile auswählen. Was ist denn mit dem Ding da los? Schönen Tag noch. Vielleicht überlebe ich das Ganze ja doch. Sag mal, du brennst. Du kannst nicht leben, wenn du brennst. Ich frage mich gerade, was da eigentlich abgeht, ja? Wie viel braucht der denn? What? Ja, heilen. Dann mach mal. Ey, der lebt immer noch. Der ist einfach der Auserwählte. Wie? Was ist da los? Ey, das ist ja komplett random auf einmal. Hallo, ich bin fast tot. Ich kriege ja auch nirgendwo Heil-Items. Ich bin fast tot, warum. Die schnappelt hier immer noch rum. Das Ding ist gleich kaputt, aber was Ey, ey, es ist komplett Es laggt einfach alles Komplett, egal was, es laggt Die Aufnahme laggt Das Gameplay laggt, alles laggt Ich frage mich, was der gerade hier berechnet Eigentlich Mal ganz kurz gucken hier Ja, 2% der Frames sind getroppt Das tut mir leid, dafür kann ich aber nichts Was ist mit dem Game los? Spring, oh mein F war heiltrank, genau, perfekt Gar nichts könnt ihr Ja, Günther Sag mal, habe ich ihn erlaubt, hier auf mich schießen? Ich frage mich eigentlich, wie ich noch nehmen kann Der Treffer hat dem Ding richtig wehgetan Als ob ich den vernielten treffe Über looten kann ich gleich noch Warte mal Ey, ey Also die Feuerpfeile sind Also von denen besser als meine Was geht gerade ab? Das ist ja der Wahnsinn Hier komplett alles laggt Das ganze Gameplay ruckelt wie Ich weiß auch nicht Ist hier überhaupt noch einer? Ich will dieses Viech looten Weiß nicht Todbringer Das Viech hat also auch noch einen Namen Ja, warte mal Ich bin mir zu einer Million Prozent sicher So, ich schmeiß das raus Und nehm dieses ultimativ gute Dings mit Erledige Ach so Der zählt doch dazu Wo ist denn der? Aber warum siehst du mich nicht? Ich bin auch eindeutig hier Geschafft Die Dinger haben es in sich What? Mal sehen, was du zu sagen hast Der Fokus ist jetzt rot Oh, wie das laggt Seht ihr das? Das ist der Wahnsinn Was? Was ist das? Die Einheit lebt Unakzeptabel Unakzeptabel Hades Und Das ist dieser Hades Ihr wisst schon Dieser Anführer Von den Was zur Hölle war das? Ich weiß es nicht Aber ich muss mal ganz Ganz eindeutig Hier bei der Grafik Irgendwas runterschrauben Das Hochreicht mir vollkommen Das ist der Wahnsinn Wie das hier gerade Komplett alles weggeleckt hat Geheimnisvoller Fremder Hast du das gesehen? Geheimnisvoller Fremder? Ich muss irgendwie in den Turm kommen Warum mache ich das? Hilfe Das dachte ich mir Nee, 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 nee So, so nicht Ja, Leute Wenn ihr wissen wollt Wie es an der Stelle weitergeht Schaltet beim nächsten Lagvollen Part ein Bis dann Und ciao, Leute Bis dann